Wir müssen alle selbst entscheiden, wofür wir kämpfen. Seid gegrüßt. Soll das heißen, du wurdest nicht damit geboren? Nein, wurde ich nicht. Du etwa? Hallo. Braves Kätzchen. Das tut mir leid. Braves Kätzchen. Nein. Tut mir leid. Das war mein Name. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Angreifer nähern sich. Verteidigen Sie Zielpunkt A. Auf dem Weg! Unseren Plan in die Taten umzusetzen. Uns steht eine Auseinandersetzung bevor. Keilpylon im Einsatz. Lang in Wankreise, wenn die Hilfe liegt. Positionier den Keilpylon. Der Perfektion im Einsatz. Das war mein Zielpunkt. Ist sonst noch jemand dabei? Doch. Wie will der Unterzeihung? Du bist verletzt. Lass mal sehen. Bleib in der Nähe des Pylonen. Bin dran. Entschuldigung. Zielpunkt A eingenommen. Beskortieren Sie die Kraft zu Ihrem Ziel. Wir müssen sie vernichten. Ich fühle mich besser. Ich habe Ungesicht auf dem Kopf. Das ist anders. Er ist von mir. Erkenne ein neues Mutzel. Noch nicht. Keilpylon aufgestellt! Danke! Kalo! Vielen Dank. Ich bin brandgefährlich. Meine ultimative Fähigkeit lädt noch auf. Ultimate bereit. Lass mir die Sau raus. Ich wär soweit. Wählen wir es in der Ladung vor. Die Realität, jetzt gibt es eine Abkühlung. Hör mich nicht an! Das ist die Bewegung. Steht nur ein. Das ist meine Bestimmung. Ich lass nichts anbrennen. Ha 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 ha! Du kannst dich nicht verstecken! Ich bitte um Entschuldigung. Entschuldigung, ey... Süßmherz anh